Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe ein paar neue Produkte aus dem neuen Essenssortiment heute hier für euch und die möchte ich mit euch testen. Und wenn ihr wissen wollt, was die Produkte können, was sich lohnt und was vielleicht auch nicht, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch viel Macht, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß, ihr liebt diese First Impression neue Sortiments-Updates-Videos. Leider gibt es da aber nicht so viele Sortimentsumstellungen im Jahr. Aber ich freue mich, dass ich ein paar Produkte hier gefunden habe, jetzt schon in der Drogerie. Die sollten eigentlich auch schon ab September in der Drogerie sein. Ich habe aber noch nicht überall alles gefunden. Und ich habe mir die Produkte ausgesucht, für die ich mich wirklich auch interessiert habe und wo ich glauben könnte, dass sie vielleicht für viele von euch auch interessant sein könnten. Ich habe nicht alle Produkte gekauft, einfach aus dem Grund, ich sortiere geradeaus und ich brauche nicht unbedingt noch mehr Produkte, die ich danach nie wieder benutzen möchte, sondern ich habe wirklich nur das gekauft, worauf ich auch Lust hatte. Und ich würde vorschlagen, wir quatschen heute wirklich gar nicht lange. Wir fangen auch einfach gleich an. Heute werden wir Primer, Lidschattenpalette, Blush, Contouring, Lippen, alles mit ausprobieren. Und ich würde vorschlagen, los geht's. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts in meinem Gesicht, aber ich möchte ein Primer aufgeben. Und da hat Essence einen neuen Hydrating and Perfecting Primer mit Lichtschutzfaktor 20 rausgebracht. Und falls ihr euch erinnert, ich liebe ja diesen Primer in der Tube. Der ist mittlerweile leer, habe ich nicht mehr. Und ich finde es ganz schön, dass ein neuer Primer rausgekommen ist. Ihr wisst ja, ich liebe es so, ja, diese neuen Base-Produkte auszuprobieren und zu schauen, okay, was gibt's so, was kann man hier draus alles noch so ein bisschen machen. Ich sehe tatsächlich noch ein bisschen rough aus. Der Marplanning ist am Start. Ich lese euch ganz kurz vor, was der Primer können soll. Flüssiger Primer mit Lichtschutzfaktor 20, Granatapfel, Panthenol und Vitamin E nähren und spenden Feuchtigkeit. Poren werden optisch verfeinert. Vor Gebrauch gut schütteln. Finde ich bis dahin ziemlich gut. Das Ganze kommt in so einer Pipette hier. Und ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Ich trage mir erstmal so ein bisschen was auf. Er hat keinen eigenen Geruch. Und man erkennt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber ich erkenne es, dass man diesen Lichtschutzfaktor tatsächlich so ein bisschen sieht. Das hinterlässt so einen ganz leichten weißen Film. Der verfliegt aber nach ein, zwei Minuten, wenn das Produkt wirklich gut eingezogen ist. Es riecht tatsächlich auch so ein bisschen wie Sonnencreme. Ganz, ganz leicht aber nur. Also jetzt nicht so wirklich parfümiert, sondern ich finde, man riecht einfach, glaube ich, nur so ein bisschen diesen Lichtschutzfaktor. Und bevor wir weiter mit Foundation machen, wie immer ein bisschen Color Correction. Jetzt so langsam, nach gefühlt drei Jahren, neigt sich das Produkt hier auch langsam dem Ende. Ich war gestern nämlich noch recht lange wach. Und ich habe das euch auch bei Instagram erzählt. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Weil die neuen iPhones vorgestellt wurden. iPhone 11 Pro und was weiß ich. Ein paar von euch sind auch so technikbegeistert wie ich. Und ich liebe tatsächlich Technik. Ich liebe es auch so mit Kamera zu spielen und mit iPhone und Computern. Und also nicht spielen spielen, sondern so Technik spielen. Und da musste ich mich natürlich gestern ein bisschen länger drum kümmern und zu schauen, was gibt es denn da und was gibt es nicht. Okay, der Primer ist eingezogen. Es fühlt sich tatsächlich gut durchfeuchtet an. Und die Haut ganz leicht sticky. Dieser White Cast ist tatsächlich auch weg. Ich möchte jetzt eine Foundation benutzen. Ich mache euch noch eine Review, aber ich teste sie gerade mit verschiedenen Primern, weil ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Das ist die Anastasia Foundation, die neue. Und die arbeite ich als erstes mal mit meinem It Cosmetics Pinsel ein. Ich finde, damit klappt das am besten. Ich kann euch ja jetzt schon mal gerne so ein kleines Feedback zu der Foundation geben. Also sie sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde aber, dadurch, dass sie so luminous ist, wirkt es, je nachdem welchen Primer man benutzt, entweder sehr schnell sehr, sehr luminous. Oder aber sie crackt an manchen Stellen einfach auf, weil ich habe das Gefühl, auch wenn ich sie sette und auch wenn ich sie bake, hält dieses Puder nicht die Feuchtigkeit und diesen Glow so ein bisschen zurück, sondern es kommt nach zwei Stunden auf jeden Fall mit raus. Aber jetzt mit dem Primer schauen wir uns mal an, wie das Ganze gleich aussieht. Farbmatch ist auf jeden Fall mit am Start. Ich glaube, dass die Foundation echt Favorite werden könnte, wenn sie nicht ganz so super luminous wäre und ein bisschen länger halten würde. Aber dazu komme ich definitiv noch in einem Extra-Video. Was ich auf jeden Fall schon feststellen kann, ist, dass so ein bisschen die Poren hier in meinem Wangenbereich etwas weniger auffällig sind, denn ich finde, bei der Foundation fallen die Poren auf jeden Fall ein bisschen mehr auf. Das hat es auf jeden Fall schon gemacht und es sieht sehr, sehr luminous auf jeden Fall aus. Die Haut fühlt sich jetzt aber auch wirklich sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Ich mache einmal ganz kurz die andere Seite und nutze ein bisschen die Zeit und frage euch, Freunde, wie geht es euch? Was passiert gerade in eurem Leben? Ich habe es geliebt, dass ihr so mein letztes Video, mit dem ich Folge einem Make-up-Tutorial von 1946 geliebt habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier in dieser Ecke. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu drehen und ich habe mich gefreut, dass es vielen von euch auch gefallen hat. Ja, und jetzt wird es langsam ernst. Jetzt ist bald die Glow, dann ist bald die Rhythmese von Rossmann und mark your calendar, Freunde. Mark your calendar. Ich weiß, ihr könnt es alle nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr erzählen. Es ist jetzt fertig. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Beautyblender rüber und nehme so ein bisschen die Strokes von der Foundation mit dem Pinsel weg. Und nehme jetzt auch gleich meinen Fenty Concealer. Einen Concealer habe ich von Essence nicht neu gekauft. Es gab einen, das war der Stay Natural Concealer. Aber girl, you know it. Natural Concealer und ich? No way. Ich finde, ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt, aber die Foundation sieht gerade ein bisschen grün aus, oder? Also sehr oliv. Ich habe die Farbe 250C. Ich glaube, es liegt jetzt aber nur in der Kamera oder am Licht. Also im Alltag und hier bei mir im Spiegel sieht das nicht ganz so verrückt aus. Und verblende den erstmal. Der Fenty Beauty Concealer ist gut. Mittlerweile ist er ein bisschen hell. Also auch vor allem jetzt im Vergleich zu der Foundation. Aber ansonsten funktioniert der gut. Und ich möchte ihn halt auch aufbrauchen. Ich hatte euch ja irgendwann mal erzählt, dass er mir kaputt gegangen ist und abgebrochen ist. Und ich kriege das Produkt dann nicht richtig raus, um das irgendwo anders reinzufüllen. Und da bin ich ein bisschen zu Team Günstmaus, um mir einfach einen neuen zu kaufen für 34 Euro. Weil es ist nicht der beste Concealer auf der Welt, sodass ich sage, okay, ich muss unbedingt diesen Concealer wiederkriegen. Sondern es ist einfach ein guter Concealer. Um das Ganze zu setten, nichts Neues. Das beste Baking Puder, was ich bis jetzt ausprobiert habe, ist das hier von Jeffree Star. Ich habe es jetzt auch endlich in der richtigen Farbe. Das heißt, ich muss nicht mehr mischen. Ich habe das nämlich jetzt in der Farbe Fair. Das hält den unteren Augenbereich wirklich schön auf. Es lässt alle Poren wirklich wechseln. Das ist wirklich jeden Cent wert. Hauptsache, ich habe mein komplettes neues T-Shirt schon. Überall mit Baking Puder vollgesaut. Ich empfehle euch, wenn ihr euer Make-up macht und neue Klamotten anhabt oder generell Klamotten anhabt, dann entweder ihr macht euch ein Letzchen oder ihr zieht einen Bademantel an. Aber ich kann ja hier auch nicht im Bademantel sitzen, oder? Okay, also Baking Puder ist mit eingearbeitet. Ich gehe jetzt einfach mit einem großen, fluffigen Pinsel einfach rüber und nehme das restliche Produkt, was ich unter den Augen habe, für den Rest meines Gesichtes. Ich probiere wirklich wenig Puder zu benutzen im Moment. Ich finde, das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Man glaubt nicht, dass ich wirklich wenig Puder benutzen möchte, aber im Real Life und im Vergleich zu sonst ist das definitiv wesentlich weniger. Ich möchte gleich ein bisschen konturieren und da gibt es zwei neue Produkte bzw. ein neues Produkt in zwei verschiedenen Farben und das ist die Contouring Duo Palette. Ich habe sie jetzt in die Farbe Lighter Skin. Es gab sie auch noch in Dunkel. Ich fand, das Dunkle war mir ein bisschen zu warm. Es ging eher schon so ein bisschen Richtung Bronzer. Deswegen gehe ich jetzt mit einem meiner absolut liebsten Pinseln und zwar von Luvia. Das ist dieser angeschrägte Pinsel in die dunklere Farbe und mische sie so ein bisschen mit der Hellen. Also die Helle sieht tatsächlich eher so ein bisschen leblos aus. Oh, she's pigmented. Okay, 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 okay. Wirkt jetzt auf die Haut, aber doch nicht mehr ganz so dunkel und ganz so kühl wie hier im Pfändchen. Also vielleicht passt das ganz gut zu meiner Hautfarbe, dass sich das so ein bisschen verbindet. Aber wow, okay. She's snatched. Okay, mega. Und verblende das Ganze dann hier so ein bisschen nochmal nach oben. Sieht jetzt wirklich kühl aus. Das heißt, wir brauchen wie immer ein kleines, kleines bisschen Bronzer. Und da auch nichts Neues. Physicians Formula, Freunde, wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, den Butter Bronzer, dann habt ihr definitiv was verpasst. So ein schöner Bronzer, der das Gesicht gleich ein bisschen weich zeichnet. Den gibt es auch in mehreren Farben. Ich habe ihn in der Farbe Light Bronzer. Also passt bis zu meiner Hautfarbe perfekt, auch wenn ihr ein bisschen dunkler seid. Es muss ja nicht immer so super dunkel sein. Finde ich ganz schön. Und das lässt sich einfach, ob auf feuchter Base, ob auf trockener Base, auf jeder Base lässt sich das Produkt richtig, richtig schön verteilen. Und ich muss sagen, ich finde es ganz schön mit der Kontur jetzt zusammen. Also es ist natürlich jetzt stark. Und wenn ihr nicht so auf starke Konturen steht, müsstet ihr da wahrscheinlich ein bisschen leichter reingehen. Aber es lässt sich sehr schön auch von der Farbe her mit dem Bronzer verbinden. Und das gefällt mir ganz gut. Ihr wisst es, ein bisschen Blush darf selbstverständlich nie fehlen. Und da gibt es auch neue Blushfarben. Und ich habe mich jetzt mal für eine Farbe entschieden, die ich so noch nie benutzt habe. Also recht kühl, recht dunkel. Und das ist The Blush in der Farbe Befitting. Ein seidig weicher Puderblush, der deinen Teint frischer erscheinen lässt. Die Textur lässt sich aufbauen und hält den ganzen Tag. Okay, sie lässt sich aufbauen. Heißt für mich im ersten Augenblick, okay, sie ist soft pigmentiert. Ihr wisst aber, dass ich dem nicht ganz so vertraue. Und ich nehme hier einen großen Pinsel von Morphe. Das ist der M527er. Und gehe damit erstmal rein. Okay, also der Pinsel nimmt Produkt auf. Und das klopfe ich mir hier so leicht erstmal rauf. Dadurch wird das Ganze so ein bisschen diffuster. Und nicht ganz so präzise. Ich finde das total schön, wenn Blush nicht so präzise sitzt. Sondern es kann ruhig ein bisschen verteilt sein. Und so ein bisschen hier in den Bronzer mit reingehen. Und einfach dem Gesicht wieder Leben geben. Der Pinsel hat aber auch wirklich gut Produkt aufgenommen. Ich nehme jetzt die saubere Seite und verblende das Ganze einfach so ein bisschen runter. Also nicht in den Concealer, sondern wirklich in den Bronzer mit rein. Und dreh dann immer so ein bisschen den Pinsel. Probiert es mal aus mit dem flachen Pinsel euer Rouge aufzutragen. Dann gehe ich natürlich auch auf meine Nase. An meine Schläfe. Und meine Stirn. Mallorca ist am Start. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich hätte mir gedacht, dass er wesentlich dunkler aussieht. Weil so ist er ja doch eher so ein bisschen bärig. Aber I like it. Einen Highlighter habe ich jetzt nicht. Aber ich habe eine Lidschattenpalette für euch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an mein Video erinnern könnt, wo ich die neuen Lidschattenpaletten aus dem letzten Update euch gezeigt habe. Diese Salut Paris, Hola Rio. Und so. Und jetzt gibt es eine neue Palette. Und das ist die Savadee Bangkok Palette. Eine Palette, die auch ich hätte machen können. Eine sehr schöne Warm Tone Palette. Finde ich ganz spannend. Und es gibt hier auch drei Schimmerfarben mit drin. Ich finde es mega, mega gut, dass endlich eine Drogeriepalette von Essence nicht so viele Schimmerfarben mit drin hat. Sondern drei Schimmerfarben reicht völlig aus. Und dafür sechs matte Farben. Das heißt, wir haben hier neun Farben mit drin. Und das probieren wir jetzt aus. Und dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. Okay, bis jetzt richtig, richtig guter Base Day. Okay, mir gefällt, wenn ich ehrlich bin, die Foundation mit dem Primer bis jetzt am besten. Essence. Hawaii. Bevor wir die Augen machen, müssen wir selbstverständlich auch noch die Augenbrauen machen. Ich vergesse das im Moment. Seht ihr, das kommt davon, wenn ich die Augenbrauen immer jetzt auf der Kamera mache. Also mit Kamera mache. Erstmal so ein bisschen durchbürsten. Und dann nehme ich meinen Precisely My Brow. Und im Moment, man will es kaum glauben, bin ich eher auf dem Trip, dass ich fast gar nichts auf meinen Augenbrauen mache. Also entweder ich lasse es wirklich so und gehe einfach nur mit einem Brow Gel durch. Oder wenn mich hier die Lücken so ein bisschen stören, fülle ich die auf. Aber vielmehr, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich weiß nicht, was da bei mir gerade aktuell los ist, dass ich da so ein bisschen anti-Brow-Spin. Ich meine, mein ganzes Gesicht hat die letzten zwei Jahre, meine ganze Karriere hat in den letzten zwei Jahren ein Mysterium erschaffen. Was ist mit seinen Augenbrauen kaputt? Und jetzt auf einmal, seitdem ich mit Benefit zusammen meine Augenbrauen gemacht habe, denke ich mir so, okay. Brauche ich eigentlich nicht mehr machen. Ich war halt bei dieser Brow Bar und das war so schön. Okay, das reicht. Ich gehe jetzt erstmal hier mit dem Spoolie durch und kann dann am Ende immer noch so ein bisschen Produkt aufbauen. Je nachdem, wie der Lidschatten-Look wird. Und dann lasst uns doch endlich mal zu den Augen kommen. Und zwar gehe ich als erstes in die helle Farbe hier mit rein. Die haben jetzt keine Namen oder so. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ist so ein bisschen okay. Ich wollte eigentlich nur ganz leicht so ein bisschen mein Lid setten. Deswegen gehe ich jetzt aber mit der lieber nur hier oben unter meine Braue, um die so ein bisschen aufzuhellen. Und können wir mal bitte kurz festhalten, wie krass Essence oder generell die Drogerie, auch sei es Catrice, Essence und so die etwas günstigeren Marken in der Drogerie, sich verbessert haben. Auch vor allen Dingen die Lidschatten-Paletten. Ich erinnere mich an Lidschatten-Paletten. Da habe ich mich noch nicht mal geschminkt. Wo ich mal hingegangen bin und mit Freundinnen ausprobiert habe und so. Die waren nichts. Und jetzt hier... Ich meine, das ist ein Weiß. Na, ich nehme jetzt auch den Pinsel und gehe als erstes in diese Farbe hier unten und konturiere damit erstmal so ein bisschen mein Auge. Finde ich immer ganz schön, um erstmal dem Auge so ein bisschen Form zu geben. Und da ich ja so ein Schlupflid habe, ist es ganz besonders wichtig, erstmal... Uh, okay, she's pigmented. Es ist ganz besonders wichtig, erstmal mit einer Transition Shade, die man sieht, vorzuarbeiten und die Tiefe dorthin zu setzen, wo man sie haben möchte. Weil meine Crease ist nicht da, wo sie am Ende eigentlich sein soll. Okay, die Farbe ist richtig krass pigmentiert. Sie erinnert mich jetzt ganz leicht an die erste Lidschatten-Palette von Kylie. Diese... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Außer, dass dieses Rot da nicht mehr drin war, ganz unten. Aber wenn ich ehrlich bin, gefällt mir die besser als die von Kylie, weil die von Kylie war total schlecht pigmentiert, fand ich. Und das war so ja auch erst der Start, wo es wirklich so mit diesem Instagram-Make-Ups losging, als Kylie Cosmetics und Jeffree Star Cosmetics auf den Markt kamen und das alles probiert haben, so ein bisschen neu zu definieren oder die Qualitätsstandards der Beauty-Industrie neu zu definieren. Finde ich ganz spannend. Und deswegen verfolge ich das Ganze auch so ein bisschen aus dieser Business-Perspektive, um zu gucken, okay, wie arbeiten die Leute? Das Ganze lässt sich wirklich mega, mega easy verblenden. Also ich habe gar keine Probleme, das Pigment auszublenden. Ich meine, ich benutze immer noch denselben Pinsel und das wird nicht irgendwie komisch. Und jetzt ziehe ich das Ganze wirklich noch ein bisschen höher und gehe mit dieser Farbe hier rein. Das ist ja so ein Terracotta, würde ich es fast nennen. Und mische das Ganze so ein bisschen direkt mit an den oberen Rand der Transition Shade, einfach um das da ein bisschen aufzuwärmen. Und ihr wisst es, Warm Tones sind für viele immer noch so der Standard für den Alltag, weil es einfach, es ist ein krasser Look am Ende, aber es sieht trotzdem aufgrund der Farben einfach super natürlich aus. Und das liebe ich halt an Warm Tones, dass man wirklich von Alltag bis Full Glam intensiv arbeiten kann. Ich bin richtig begeistert von der Palette bis jetzt, weil ich meine, ihr könnt sehen, wie einfach das Ganze hier funktioniert gerade. Als nächstes nehme ich mir einen etwas spitzeren Pinsel hier. Das ist der M330 von Morphe und gehe in das dunkle Rot. Die hat ein bisschen Kickback, okay, also vorsichtig sein. Und die mische ich mir direkt hier vorne in die Crease und wärme das Ganze hier vorne so ein bisschen auf. Also mit dem Rot habe ich jetzt ein bisschen mehr Probleme, das sauber zu kriegen, aber ich glaube, ich habe sie ja auch wirklich nur dahin platziert, wo ich noch keine anderen Farben hatte und probiere das jetzt hier nochmal so ein bisschen auszublenden. Aber es geht, also es ist jetzt nicht eine Katastrophe. Vielleicht liegt es auch einfach an meiner Haut. Ich habe im Moment echt ganz schlimme Haut und ich weiß, woran es liegt, aber dazu irgendwann mehr. Ja, gut, um das Ganze wirklich noch dunkel zu kriegen, gehe ich jetzt hier in dieses dunkle Braun. Viel weniger Kickback, ganz leicht nur. Und das presse ich mir hier außen mit hin und baue mir die Farbe dort auf. Ist jetzt nicht so dunkel, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte es mir ein bisschen dunkler vorgestellt und gewünscht, aber das ist okay. Was habe ich hier gemacht gerade? Okay, I'm sorry, ich habe gerade gesehen, dass die Kamera einfach mittendrin ausgegangen ist. Ich habe den Look jetzt einmal fertig gemacht. Ich weiß nicht, bis wohin sie aufgenommen hat. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass die Palette ziemlich gut ist. Vor allen Dingen der goldene Ton ist butter, butter weich. Also lässt sich richtig schön aufbauen und ganz, ganz weich. Auch die Kombi aus den beiden Goldtönen finde ich sehr, sehr schön. Ich swatche euch hier einmal ganz kurz hin. Also sehr weich, sehr butterig, schön pigmentiert. Nicht ganz so glitzerig, sondern wirklich einen schönen Schimmer. Was ich ein bisschen schade finde, ist der dunkle braune Ton. Ist mir persönlich ein bisschen zu hell noch, dafür, dass er dunkelbraun sein soll. Und ganz leicht patchy. Also ihr könnt sehen, dass es hier außen so ein bisschen schwierig war, einen schönen weichen Übergang hinzukriegen. Da braucht man dann, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Zeit. Und dann kriegt man das auch hin. Ich wollte aber auch auf jeden Fall noch diesen Goldton als Highlighter benutzen. Denn der ist so wunderschön. Und ich glaube, dass er richtig gut zu dem Look aussehen wird. Yes. Mega, wow. Okay, wenn ihr so meine Hautfarbe habt oder ein bisschen dunkler, dann ist das, glaube ich, richtig, richtig schön. Ich sehe aus wie eine Frittete. Dann würde ich einmal ganz kurz Mascara drauf machen und bin gleich wieder zurück. So, Mascara ist drauf und ich habe einen kleinen Liner gezogen. Ich dachte, das passt ganz gut zu dem Make-up. Ich bin schockverliebt in diesen Highlighter. Es sieht für viele vielleicht ein bisschen wild aus. Aber zu der Foundation und zu dem ganzen Look, finde ich, sieht das richtig, richtig schön aus, wenn man so einen leichten, goldenen Glow hat. Ich möchte noch zwei Produkte auf die Lippen geben und da habe ich einen neuen Lip Liner entdeckt. Das ist der Essence Day 8 Stunden Lip Liner in Waterproof in der Farbe. Also, because da könnte mein Spruch sein, wow. Der ist so ein bisschen dunkler, glaube ich. Ich gebe mir noch ein bisschen Highlighter hier auf mein Lippenherz. Eine sehr schöne Farbe. Entspricht meiner natürlichen Lippenfarbe, glaube ich, ganz gut. Ist ein bisschen trockener. Ist jetzt nicht wirklich ganz so super, super weich. Aber hier hinten ist auch noch ein Anspitzer mit drin. Und ich glaube, bei Waterproof-Produkten ist das normal. Ich möchte aber noch was auf die Lippen geben und das fand ich ganz spannend. Denn das sind die neuen Perfect Shine Lipsticks. Und ich habe den jetzt hier in der Farbe Perfect Moment. Ist ein sehr, sehr schönes Nude. Ich hatte ihn neulich schon mal so ein bisschen ausprobiert. Aber ich dachte, der könnte ganz gut so für den Alltag sein. Schmeckt wieder so geil nach Kirscher. Er hat nicht ganz so super viel Deckkraft. Aber das ist eher wie so ein... Uh, schaut euch mal den Glanz an. Okay, ich bin verliebt. Die Kombi, die Lippen-Kombi. Ich liebe es gerade viel zu sehr. Mega Produkt. Ich weiß nicht, wie lang es hält. Ich meine, das ist ein Lippenstift. Die werden nicht so lang halten wie Liquid Lipsticks. Aber dadurch, dass der Lip Liner ja wasserfest sein soll, glaube ich, dass das Ganze erstmal so ein bisschen eine gute Grundlage hat. Und ihr dann mit dem einfach mal nach dem Essen oder so rüber gehen könnt. Und das ist einmal der fertige Look mit dem neuen Essensorten. Ich bin tatsächlich begeistert. Ich liebe die Contouring-Palette, den Blush und den Primer. Mit der Lidschatten-Palette ist es eine Warm-Tone-Palette. Aber allein für den Goldton würde es sich schon lohnen. Weil es einfach bei meiner Hautfarbe auch als Highlighter so wunderwunderschön aussieht. Lippenprodukte fühlt sich sehr pflegend an. Ansonsten muss ich sagen, bin ich wirklich begeistert von den Produkten. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon was aus dem neuen Essensortiment ausprobiert habt. Und lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Patz auf euch auf!